So, Freunde, da wären wir wieder. Neue Woche, neues Glück. Sichel des Zerröllers hier in Argus. Ach ja, dreimal nach rechts drehen. Eins, zwei und das dritte Mal. So, dann knien, beten und drei Seltos in Folge schaffen. Eins, zwei, hat nicht gezählt. Eins. Es könnte dauern heute. Eins. 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 Ne, zählt alles nicht. Hier müssen drei sein. Eins. Oh, heute habe ich kein Glück. Eins. Eins, zwei. Also, wenn man so viel Pech bei den Seltos schon hat, geht das Glück wahrscheinlich auf den Loot. Habe ich gehört. Man munkelt. Eins. Eins. Oh, Digga, ist das schon traurig. Eins. Eins. Ja, wird heute ein langes Video. Aber vielleicht auch das letzte. Eins. Eins. Sag mal. Was ist denn los? Ist der Charakter verbuggt? Vielleicht nerven die Pets auch. So, jetzt aber nochmal. Eins. Eins. Zwei. Ja, ich hoffe, eure Woche war bisher gut. Eins. Ich habe mir jetzt auch nichts zurechtgelegt, um irgendwas zu sagen. Na komm schon. Na komm. Na komm. Eins. Zwei. Oh mein Gott. Eins. Ich will hier nicht mehr. Oh Junge, das kann doch wohl nicht. Eins. Zwei. Drei. So. Jetzt kann es losgehen. Jetzt. Es droppt gleich zu 100%. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Pater! Dann nächste Woche. Dann halt nächste Woche.